Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin. Ja. Ja, ich weiß, ihr verdankt mir alles. Ja, ja, ja. Oh yeah, und weg bist du. Fangen wir an. Oh mein Gott, wie einfach ist denn das? Okay. Da muss ich jetzt richtig überlegen. Oh mein Gott, yeah. Hallo Vasi. Ich bin Vasili. Verena leitet von Senoel. Irgendwas gefällt mir... Irgendwas... Irgendetwas fällt mir an dir auf. Das ist etwas... Ja, ja. Du Mistgeburt. Libikos ist nicht so stark. Ups, falsches Pokémon. Aquaville ist eine fiese Attacke. Oh mein fucking Gott, we hope du bist tot. Tut mir leid. Wie immer... Aber hey, das tut jetzt nichts zur Sache. Shorty kann es schaffen. Er ist Pflanze. Sehr jung. Shorty, du fixest es zu Tode. Oh mein Gott. Nein. Oh fuck. Eis ist sehr effektiv gegen Pflanze. Es war sowas von klar. Ich ficke dich zu Tode. Oh ja, ich habe dich gefickt. Yes. Level 43. Slam. Brauche ich die Attacke. Ja. Ja. Mehr brauche ich nicht. Ich sage jetzt mal nein. Oh. Mein Gott. Los, Shane's a man. Zeig uns allen aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ich habe keine Supertränke. Scheiße. Ich habe Walzer. Hauptsache Shane's a man wird dich verrührt. Yes. Ein Volltreffer sogar. Tut mir leid, Shane's a man ist zu hart für dich. Oh mein fucking Gott. Nochmal Volltreffer. Shane's a man. Komm schon. Lass dich nicht unterkriegen von so einer Schwuchtel. Okay. Yes. Ein Volltreffer. Drei man ten an ein Volltreffer. Ich liebe dich Shane's a man. Wenn ich jetzt nochmal mit Walter treffe alter, dann dürfte Walzer Geschichte sein. Oh oh. Oder mein Shane's a man ist eine Schüchte. Oh fuck. Oh fuck. Fick die Missgeburt. Scheiße. Okay. Los nochmal 90. Ne, Lucifer. Noch besser. Donnerblitz. Hä? Das hat keine Wirkung. Ach ja, stimmt. Aha. Ich habe aus Poker und X10 nicht dazugelernt, ne? Regentanz. Komm. Ich wicke dich zu Tode. Scheiß Regen-Tanz, ey. Zum Glück kannst du ja keine Elektro-Pokémon. Nein, nicht Übertrank. Oh fuck. Oh fuck. Ich ficke dich zu Tode, Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße. Nachbar 90 ist weg. Aber sowas von. Schatik, Hugo. Ja, du bist tot. Oh mein Gott. Ach, Gold King? Gold King? Hä? Ich dachte... Oh, das war Schatz-Pokémon. Habe ich schon gefickt? Ist ja nicht wahr. Ich habe... Oh oh. Scheiße. Oh, ich habe gewonnen, Leute. Nein. Es wird ja schneller. Oh, gegabt. Wasili, du bist tot. Oh, Shorty. Du bist einfach geil. Ich habe den letzten Horn. Ich bin super geil. Kurzer Cut. Ja, ja. Ist gut. Term03 Aquavella. Ach, woher war das denn klar? Ach, nee, 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 Leute. Wow. Tschüss. Ich bin der offizielle Acht-Arena-Leiter-Terminator. So, jetzt fangen wir uns kurz unser... Und... Wir fangen uns kurz unser letztes Teammitglied. Entschuldigung, ich habe gerülps. Das ist mir sowas von verdammtes Scheißegal, Mann. Ich habe alle acht Ohren. Ja, ich komme irgendwann wieder, nachdem ich, ja, Champion bin. Und es ist ein wildes Samurzel. Fick dich doch in dein verfacktes Arschloch-Schnie. Oh, mein Gott. Ihr seid... Oh, scheiße. Ein Drachen-Pokémon. Also, die Weiterentwicklung ist zumindest eins. Und zwar Altaria. Scheiße, Missgeburt. Egal.